Berater, wo spiele ich denn im Sommer? Ja, kommt drauf an. Willst du die Nummer mit Bundesliga wirklich durchziehen? Junge, Schalke und Werder sind wieder Erstklassig. Wenn nicht jetzt, wann dann? Gut, dann frage ich beim FC Bayern mal an für dich. Ja, Mann. Let's go. Servus Bayern. Du, der Chris, der wird gern zu euch wechseln. Aha. Wie alt ist der jetzt? 38? Nee, 37. 37. Ein, halb. Ach, du, nee, danke. So einen Oldie brauchen wir hier wirklich nicht. Aber Lewandowski geht doch weg. Und wie gesagt, nein, danke. Euer Ernst, Bayern? Ich hab mir jetzt sogar extra eine Lederhose gekauft. Echt? Du und eine Lederhose? Das würde ich zu gern sehen. Momentchen, ich zeig dir eine Kostprobe, okay? Ist gut, Cristiano. Da bin ich jetzt aber gespannt. Alter Schwede, das sieht schon geil aus in Lederhose. Das steht dir. Das muss ich zugeben. Na, also dann, wird das jetzt was mit dem Transfer? Nee, nix da, Opa. Wir holen lieber Sadio, Mann. Nee. Das ist Sadio, Mann. Nee? Ja. Hast du das nicht mitbekommen? Dann guck mal am besten dieses Video hier. Daumen hoch und checkt euch gern noch das Video ab. Ciao.